Also, meine Frau war so fleissig und kreativ, dass sie es nicht sein lassen konnte, Tiere im Doppelpack zu produzieren. Vor- und Rückseite, einmal Hahn, einmal Hase, ist das nicht toll? Dann, wenn man so ein Bild kauft, kann man eine Woche den Hasen anschauen oder eine Woche den Hahn. Oder beide. Oder beide, wenn man zwei Bilder kauft.